Er hat deutlich gesagt, dass er nach Hause will. Dass er nach Hause will. Wie geht sie da? Sag mir, wie sie geht. Sehr gut, sie kommt ohne die Besten zurecht. Ich will nur nach Hause. Nein. Und wenn mir alle Leute schön aus dem Weg gehen, passiert auch nichts. Begegnet ihr diesem Kerl? Sag bitte vorsichtig. Ich würde dann hinfallen. Ich gehe nach Hause! Davon kann mich keiner abhalten! Ich möchte nur eins. Frühstücken. Man kann bis 11.30 Uhr frühstücken. Vorübergehend außer Betrieb. Wir haben es mit einem Spinner zu tun, der eine Tasche voller Waffen mit sich rumschleppt. Der ist im Hollywood und bewegt sich Richtung Westen. Ich will nichts weiter als meine rechte Waren. Als Konsument. Ich bin an der Stelle, von wo aus es kein Zurück mehr gibt. Meine kleine Tochter hat heute Geburtstag. Wir wollen grillen, so wie sie hier. Und wir machen draußen Spiele. Und es wird alles so sein. So wunderschön, wie es früher einmal war. Gibt's hier. Los, gibt's hier. Gibt's hier. In Amerika gibt's das Recht der Fallen Meinung. Mann darf auf den Waren, was einem nicht gefällt. Was hältst du vor? Das kann doch nicht wahr sein. Sie hat sich raus, ich will ihn nicht. Ich hab' mir das verdammte Mist hingekauft und ich will, dass du sie draufsetzt. Wusstest du, Beth? Dass es in einigen südamerikanischen Ländern noch legal ist, die eigene Frau umzubringen, wenn sie ein Nieder geht? Elizabeth! Elizabeth! Ach, ich bin der Böse? Ich hab' einen Atem, aber ich bleib' nach Hause! Die Welt hat den Atem angehalten.